Hallo, mein Name ist Tyron Ricketts und wenn ich die Macht hätte, würde ich dafür sorgen, dass es in Deutschland ein neues, gesundes Selbstbewusstsein gibt, wo man sich freuen kann über das Land, in dem wir wohnen, wo alle wissen, dass wenn wir gemeinsam, also die Leute mit Migrationshintergrund und die ohne, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dass wir dann gemeinsam in eine positive Zukunft gehen können.